Okay. Michelle, wie süß die ist, ja. Ich hab Angst. Was? Das kann nicht jeder bekommen, sagt sie. Oder? Es haben nur 300 Menschen in Deutschland. Mein Gott, du bist also special. Ey, wow. Siehst du mal, ha? Nein, Leute, Humut hat unentschieden gekämpft. Hm? Na? Das ist mein Match. Na, wir matchen eine Runde und danach rede ich mit meinen Leuten weiter, ja? Das rede ich mit meinen Leuten weiter. Okay, Bruder. Mit Leuten reden bringt nichts. Was macht Verlierer? Tippen, Leute, tippen, tippen, tippen. Verlierer sitzt ja auf Flasche, Alter. Du kannst auf was anderes sitzen, was Flasche, Mann, Flasche? Sei mal leise. Was willst du von mir? Sei leise, Ole. Sei leise. Sei leise bist du. Ich bin sauer auf dich. Warum? Was hab ich gemacht? Ich bin sauer auf dich, ist mir egal. Sei leise. Sei du leise. Wieso bist du so leise? Wie redest du eigentlich mit mir jedes Mal? Denkst du, du bist cool, weil du ein paar tausend Zuschauer hast? Denkst du, du bist cool oder was? Was cool? Ja, aber du denkst du, du bist cool jetzt oder was? Lass mich so Rüthorn zusammenbüssen und so. Ey, ich bin der Beste, okay? Keiner ist wie ich, okay? Was kannst du gegen Rückenschmerzen machen? Kannst du mir das mal sagen? Man muss sich so hochnehmen und dann knacksen. Und Yalla mach. Mach woanders. Ja, du musst machen. Ja, du musst machen. Jeder, der eine Rose schickt, sein Plus ist weg. So Leute, kommt. Mal zwei. 190 Punkte, Freunde. Jani, zwei Handherzen. Was macht Verlierer, ey? Hey, Gülo Koko. Ja. Was macht Verlierer? Ey, Bruder. Hä? Leute, 190 Punkte. Was macht Verlierer? Sag jetzt. Leute, zwei Handherzen, kommt. Was macht Verlierer? Du bist doch nicht der Specker, oder? Du machst doch keine Bestrafungen. Nein, aber nicht so. Du musst ja nicht. Küsst doch dein Herz. Maschara machen wir nicht. Gülo Loko. Verlierer twirkt aber noch. Komm, du mal zwei. Yalla, gib ihn. Mal zwei. Hade, mach. Guck mal, wie die schießen bei dem. Das war Spaß, ne? Shit mal jetzt. Mal zwei, Leute. Komm! Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Komm! Mann! Patti! Patti, wo bist du? Ey, wenn du verlierst, dann sagst du ein paar schöne Wörter für den Top-Supporter. Nein, Verlierer. Verlierer. Verlierer wird richtig geile Liebeserklärung machen. Ist mir egal an mich. Warum bist du so notgeil darauf? Weil ich notgeil auf dich bin. Komm. Alle zusammen, Leute. Leute, gib Gas, gib Gas, Leute. Mimm die mal auseinander, Allah. Leute, ABC war la Beste. ABC, hast du Schmerzen vom Kampf, oder was? Nein, nein. Ich hab seit zwei Tagen richtige Schmerzen. Heute jetzt wieder verrenkt, Alter. Okay. Ahla, Hamid. Ahla, Ahla. Ahla, Ahla. Ahla, Ahla. Der Helikopter. Leute, Walla. Steht euch mal. Steht euch mal Walla dahin, ne? Ich hab so ein Respekt. Ey, wenn hier Boxer sind, ne? Auf meine Mutter. Ich hab so ein Respekt vor Boxer jetzt bekommen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Siehst du mal, ha? Das siehst du mal. Ja, Patron. Maschine, Bruder. Heute, weiter. So einfach wie der Bund. Hadi, Verlierer mal Liebeserklärung. Hadi. Bruder, was für Schläge, Laura. Was für Schläge. Ich küsse doch dein Ernst. Das war doch kein Schlag, Alter. Leute, weiter, 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 weiter. Alle tippen, 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 tippen. Leute, der ist am Gewinnen, ja. Irgendeiner soll jetzt mal was reinhauen. Ich küsse doch eure Herzen. Ich küsse doch eure Herzen. Du bist sogar weggelaufen. Ey, Leute, ich weiß gar nicht, was ich in diesem Ring gemacht habe, ne? Ey, ihr wisst nicht, was ich in diesem Ring gemacht habe. Ich hab mich selber nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ne? Ich konnte einfach nicht mehr. Bist du da machen? Ey, ich hab so einen Respekt vor Boxer bekommen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich glaube, ich heirate einen Boxer. Also, wenn hier ein Boxer drin ist, schreibt mir bitte auf Instagram. Ja, Leute. Du heiratest, let's big kid. Hahaha. Geh doch. Da ist der Fäng ist noch eine Runde knock-out gegangen. Lock-seh, mein Bruder. Ja. Die Frau hat es, ist der knock-out gegangen. Hade, machen wir den. Ja. Leute, weiter, 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 weiter. Alle zusammen, Leute, jetzt. Leute, er ist am Gewinnen, ja. Ich küsse doch eure Herzen. Er hat gewonnen. Umut hat unentschieden gespielt und die hat verloren. Ja, und? Bruder, das ist doch nicht schlimm. Leute, das ist ein Mädchen, ja, boah. Ist doch egal. Ey, ob ich gewonnen habe oder nicht, ne? Im Endeffekt, ja, ne, ich bin auch Gewinner so. Ich hab meine Patte gemacht. Ich mach meine Patte hier weiter. Patte? Die machte ihre Patte, Leute. Patte, Patte und die ganze Wanne. Oh, mein Rücken. Ey, weißt du, warum das bei mir so ist mit meinen Resches? Warum? Hier vorne knickt das von ein. Warum? Yunis Maschine. Yunis, ich hab dir gefolgt. Jeder, der was reinballert, ich mach seinen Plus weg. Weißt du, was du jetzt machst? Patron, ich hab dir gefolgt, Bruder. Jetzt die jetzt Föhn nach oben. Tur Gucar, ich hab dir gefolgt. Luxem. Plus ist weg. Gelato. Plus ist weg. Jetzt, 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 jetzt. Schön, er hat gewonnen. Ohne Sinn. Rede. Billige Runde, oh Allah. Was war das für eine Runde, Herr Salame? Tschüss, Hamid. Ich kann Bock bei mir auf dich. Tschüss. Wenn man mich ... Ich Frau Vigar der Was aus jede..... Video energetisch, gibt es wie Ma Range collectiv. Haben wir thinks die custody zusammen? Jeder der durchfluggt, den Plus ist weg Leute. Jeder der durchfluggt seinen Plus ist weg Leute. Jeder der durchfluggt seinen Plus ist weg Leute. Jeder der durchfluggt seinen Plus ist weg Leute. Ajin plus ist weg, Ajin plus ist weg, Pimbu plus ist weg. Wo zum Glück geht mit Riton. Mariam. Wie Riton? Ist das einfach oder was? Naja, ich bin ein bisschen mit. Die nehmen mich nicht an. Die sind zu cool geworden, Leute. Die nehmen mich nicht an. Die sind zu cool geworden, Leute.